Kein Damage-Item Tham ist trotzdem, ja, grandios bewältigt, möchte ich doch fast sagen Also, wir sind zwar gestorben, aber Wie wüsste ich das meinen? Wir sind halt weit gekommen, ohne Damage-Approote Ach, du Kacke Das musste jetzt sein, einfach, damit ich hier nicht so viel Herzen verliere Und ich meine, vielleicht habe ich Glück Oh, na Oh, Half-Up, Alter Alter Hohoho Jetzt wird's lustig Okay, cool Halb ist jetzt dazu, sehr schön Warum leuchten wir? Achso, durch Lack ab, war Wow, hi Hi Ne, also Das ist jetzt gut hier mit den Half-Up-Pillen Äh, haben wir, haben wir Gut, dass wir den Battle jetzt bekommen haben Das ist alles zu unserem Grundstum bis jetzt eigentlich Ne, wir haben nur eine Münze und Ja, wir könnten uns den Schlüssel herkommen Das lasse ich mir nicht entgehen Zack Den könnten wir uns, ne, können wir uns nicht holen, oder? Doch, können wir Doch, können wir Warte mal, geht das ja, ne? Also, wenn wir schon die Möglichkeit haben Ben Du bist ein Arsch, du kleiner Kleiner, kleiner Bettler, du Äh, äh, äh Immer diese Assassin-Versuche hier Ist der Wahnsinn Ist der Wahnsinn Oh, hi Random-Shotter Ja, ihr könnt theoretisch die Wand Für mich aufsprengen Falls hier der Geheimraum ist Aber Darauf verzichte ich jetzt einfach mal Oh, Schlüssel, wow Okay, cool Schlüssel ist gut Oh, noch eine Alter Das lohnt sich, das lohnt sich Das lohnt sich Alle Male Und wie sich das lohnt, ey Meine Fresse Das ist so ein Blast-Item, ja, ne? Ja, you're blessed Ja, dann fühle ich mich halt geblast You're blessed Das gibt uns ja die Chance auf weiße Herzen Auf den Engelsraum Und auf blaue Herzen Ja, also das ist doch mal Ich weiß gar nicht Hatten wir die Pille schon? Egal, jetzt werden wir das hier noch für sie hatten No 3, 2, 1 Puberty Ja, tschuld Nichts, äh, atemberaubendes Wow, schade Ich dachte, da komm ich durch Das war nicht so Ihr spuckt mal keine Spinnen mehr Dann ist gut Alter, wow Also Half-Up Passt Leben reicht erstmal Wobei ich nichts gegen weitere Half-Up-Pillen hätte, ne? Ganz klar Aber ist das Tour of Diamonds Joker Devil Room Könnte sich jetzt sogar Lohnen Da legst du dich in so einem Raum Ja gut, Schlüssel fehlt auf keinen Fall Schlüssel haben wir Ach, nicht du Komm, 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 komm Das ist auch so ein lästiger Der dauert einfach Jahre Ja, Tears-Up fehlt Damage fehlt Ja, sonst fehlt Ja gut, der Speed geht eigentlich Also wir sind relativ fix unterwegs Mein Kate ist auch, glaube ich, mit der schnellste Von daher ist das gar nicht mal so schlimm Ja, Damage und Tears-Up fehlt nur noch Wie gesagt, wir sind Luck-Up Force-Rin Und generell Passt das einem sonst Ja, die Range noch Die Range, also die Range-Up wäre noch schick Range-Up, Tears-Up, Damage-Up Ja Ich wiederhole mich ganz oft Ich weiß das Aber ich, äh Kalkuliere gerne raus Geht Schrott Na los Nein, ich jetzt Ja, sorry Bettler Da hab ich dich schon dabei Und da klau ich dir halt dein ganzes Geld, wa? Das ist ein Joker, ja Wenn jetzt kein Devil-Room spawnt Ach du Scheiße Ich hier Jo, ist klar Wie gesagt, die sind eigentlich leicht Dass ich da jetzt gerade in der Ecke war War halt einfach blöd Kennt ihr diese blöden Momente einfach? Egal in welchem Spiel Das ist, das ist, das ist, das ist Oh, Leute, jetzt sind es drei Ja, lustig Haha Ja, jetzt sind es vier, oder? Nein Bitte wahnsinnig Alter Okay, nur ein halbes Herz Das geht noch Es war trotzdem dumm Dass ich hier Schaden kriege, ja Von solchen scheiß Gegnern Aber Lässt sich manchmal nicht vermeiden Denk ich mal Kacke, ey Ja, weißt du Jetzt bekommen wir so krasses Helfer Und wir verkacken es so hart Ja, aber ich glaub Nach dem Boss kommen wir immer so ein paar Herzen Ja, jetzt seht ihr Oh, das ist Hotspeed up Ja, egal Oh ja, jetzt fliegen sie richtig schnell Sacrifice Joker The packt es damage up, ne Das andere hab ich jetzt vergessen Oh, ich fand jetzt zwei Herzen für ein damage up Ja, ne Ja, uh Und sogar noch zwei weiße Herzen dazu Ja, wir könnten jetzt auf drei Herzen runtergehen Auf drei rote, aber das mach ich nicht Egal, damage up Passt So Ja, hat sich doch Hat sich doch gelohnt Der Tier ist ein Devil Daher keiner gespawnt ist Hackrifice Ignorieren wir den Ja, wir ignorieren diesmal einfach Wir haben zwar zwei blaue Herzen Aber nur drei rote volle Und deswegen, ne Deswegen Den haben wir schon auf Zwanzig Minuten Gleich sind's 21 Minuten In Drei Zwei Eins 21 Minuten Bam Wie macht der das nur? Keiner weiß es Ihr werdet es nicht mehr herausfinden Ich hoffe, das damage up hat sich jetzt noch gelohnt Man kann ja auch mit der Spider-Mod Ne, Quatsch Mit der Community-Remix-Mod Sich doch den Schaden anzeigen Dass man wie viel Schaden man gerade macht Äh, aber ich Muss sagen Bei mir buckt die Mod total rum Also Erstens ist mir die Mod zu laut Ja, also die Mod ist viel zu laut Wie ich finde Und Äh Ja, generell Bugs bei mir irgendwie Es funktioniert nicht Es funktioniert nichts richtig Ach du Scheiße Nein Schlüssel haben wir zum Glück Ja, range up Ja, es ist doch geil Jetzt, jetzt So, jetzt kommt das Was ich brauche Jetzt doch tears up Damage up haben wir jetzt ja auch schon bekommen Tears up wäre jetzt doch das wahre Du nimmst das Geld Bombe bräunig holen Ach du Scheiße Ja doch, Damage passt Damage passt richtig Was ist das? Two of Diamonds Two of Hearts Yes Und voll Hammer War mir gerade nicht sicher Tourfahrt Ob es zwei jetzt spawnt Oder ob es schon verdoppelt Aber Ob so oder so Sowohl als auch Hat uns beides so gut geholfen Noch ein halbes jetzt Brauchst du nicht Gut Ja, nee Da brauche ich nicht rein Komm Scheiß mal drauf Ah Ich habe gerade Nicht gesehen Wohin Ach du Kacke Wow Ich fliege ihn fast rein Er ist gerade von selber gelaufen Habt ihr Ihr habt es gesehen Aber Ihr habt nicht gesehen Was ich gedrückt habe Wow Ach komm Ja, der Shot Speed Up Ist auch Oh, Go Tooth Nice Jetzt sind wir Ein wenig schneller Unterwegs Hammer Ja doch Also der Bettler hier ist gut Bombschen Oh, was hast du hier Eine goldene Vielleicht Vielleicht Erstmal gucken wir woanders Also erstmal gucken wir weiter Das Gute ist, wir haben Eine Bombe Und da ist ein blauer Stein Das nenne ich doch mal fett Bäm, bäm Erstmal kleben wir komplett Danach gehen wir in den Ach du Scheiße Kein Problem Alles kein Problem No Da prallt er ab Da an der An der An der Ecke Er fasset Nicht Wow Er schießt eure Köpfe Okay Sowas müsste ich auch können Mein Kopf einfach mal In so einer langen Schnur Zack Irgendwie mal am Kopf werfen Einfach weil er mir auf die Nerven geht Oh hi Oh hi Du hast gesehen Die Homingshots haben ihn voll zerberstet Ist das Oh Zero the fool Das tut uns In den Geheimraum Äh Ja Gleich vielleicht Wenn wir uns vielleicht draus teleportieren müssen In der Not Können wir das nutzen Nein genau Ich weiß nicht wie wir es nutzen Und zwar nutzen wir das Oh lol Wir nutzen das in diesem Äh in dem Kampfraum Dann müssen wir uns da nicht mit den Äh Mit den Gegnern abgeben Komm einfach raus Zack fertig Holst du dir das Geld? Ja Okay holst du es Holst du dir das auch? Ähm Nein braver Schade Arschloch Oh Cool Hat es doch was gegeben Gut Zwar ein rotes Herz Brauchen wir jetzt nicht Aber egal Immerhin Ja ne wir können das echt nutzen Das ist so So zwei Flieh mit einer Klappe Wir können da rein Machen die Tour auf Gucken was das da drin ist Und dann Machen wir Jo Spawn Komm Mach halt Da Seht ihr das? Er Er drückt Und drückt Aber Okay Äh Jetzt bin ich Drück halt Komm mach Tu es Tu es Ich will mich nicht heraus teleportieren Bevor du was gespuckt hast Kack Ah jetzt Oh oh Aber ich will das Trinket auch haben Äh Was ist Äh Du backst ein bisschen rum ne Wow Ja Spuck Guckt euch das an Wie er rumbackt Alter Falter Ja jetzt machen wir den Raum einfach zu Ende Jetzt sind wir schon fast durch Ich will die Karte nicht aufheben Safety Cap Ja doch Ein halbes Herz Schaden statt ein ganzes Egal auf welcher Ebene Ach sie wurde sie früh Genau Ja Tele Warte mal Jetzt überlege ich gerade Telepils Oh mein Gott Oh mein Gott Der Aeroraum Das ist Das ist voll geil Den haben wir jetzt zum ersten Mal ne Alter Ein Glück habe ich Safety Cap jetzt vorher mitgenommen Und alter Monstrous Zahn als Space Item Yo Ja der Aeroraum Wie soll ich das erklären Ist halt ein Aeroraum Ihr seht es Einmal Error Und wir kriegen ja zwei Items Das ist Hammer Und Monstrous Zahn Ja Hammer Boah fett 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 Das war jetzt nicht schlecht Wow was ist mit deinem Kopf passiert gerade Geht so viel Schaden Auf zu spucken Ja Ich meine gut Wir haben jetzt Das einzige was wir jetzt verpasst haben War Zero is a Fool ne Und den Boss auf der Ebene Hä Hä Seht ihr das Öh lol Was Ein unsichtbar Was Ist denn jetzt kaputt Okay Du hast die Key Brauch ich aber nicht Habt ihr das gesehen Da war ein unsichtbarer Gegner Äh Wurde ich gerade sagen Hä wer schießt Was Ihr habt es gesehen Da kamen Tränen aus dem Nichts Die kamen aus dem Boden Was ist da los Okay Zuerst fängt der Bettler an Ein bisschen rum zu backen Man braucht zum Kacken Eine halbe Stunde Jetzt tauchen schon unsichtbare Gegner auf Sollte ich mir Sorgen machen Ich glaube nicht Es ist Isaac Da darf das passieren Alles Ab und zu mal Vielleicht Hei 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 Oh ich find's gut Dass wir das Das Peck genommen haben Damit etwas Glück Bekommen wir noch mehr Health Upgrade Das wäre der Mörder Bonus of Doom Habada Habada Was Tatsächlich Das geht nicht Okay Ich bin alles zurück Ach Gottchen Müsst ihr immer kommen Ihr seid nervig Wow Ja gut Also Ich überlege die ganze Zeit Haben wir irgendwas jetzt auf der anderen Ebene verpasst Ja gut Wir haben den Boss nicht Den Boss nicht gelegt Ne Das war jetzt Ja gut Das war halt Das ist jetzt ein Item weniger Gut Wer weiß was es gewesen wäre Ob es ein Tears Up Item Damage Item Oder Äh ein 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 HP Up Weiß jetzt keiner Werden wir ihn ja rausfinden Aber bis jetzt hab ich Ich bereue es nicht Was ist das denn Das ist Damage Up Oder Ich weiß es nicht Damage und Health Oh Nice Jetzt werden wir langsam zum Tier Boah und das Geile ist wir können mit Monstros Zahn den Boss fast instant klatschen Also gut Jetzt vielleicht nicht Step 2 Mom kommt ne Ich hab verkackt Will ich nochmal anmerken Nein hab ich eigentlich nicht aber Ich hab vor Mama so ein bisschen Angst weil Habt ihr gesehen Ich hab Mom Bei Mom hab ich immer ein paar Probleme so Minimal So ganz wenig Nicht Nicht Bucken Nein Nein Eine Kiste Der Küche soll weggehen Münzen Oh ne Pille Tele DDR Raum Nein Irgendein random Raum DDR Raum hat mir zum ersten Mal Ey Hammer Hammer